Ach, ist dieser Tag nicht herrlich? Heute scheint einfach alles zu stimmen. Die Vögel zwitschern vergnügt und die Luft ist erfüllt vom Duft bunt blühender Blumen am Straßenrand, auf den eifrige Bienen emsig nach Nektar suchen. Bereits jetzt tanzen erste Sonnenstrahlen auf deinem Gesicht und kündigen die wohlige Wärme der Mittagssonne an. Na, da fällt nicht nur das Aufstehen leicht, auch deine trübe Stimmung, die ist wie hinweggefegt, denn die letzten Monate waren für dich eine Berg- und Talfahrt. Meistens eher eine Talfahrt. Du entscheidest, diesen Junimorgen zu nutzen, um deinen Nachbarn auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen kurzen Besuch abzustatten. Die beiden, so munkelt man, wären ein Paar, aber das interessiert dich eigentlich nicht. Denn für dich ist ihre noch weniger legale Nebenbeschäftigung viel interessanter. Der handelhochwertige Altkleider zu einem guten Preis. Ein wahrer Segen, wenn man in finanziellen Nöten steckt. Du klingelst an der leicht verwitterten Tür und nur einen kurzen Moment später öffnet dir der ältere Herr mit einem freundlichen Lächeln. Neugierig betrittst du ihre kleine Wohnung. Ein Ort voller Geschichten und versteckter Schätze, wie du weißt. Du stöberst durch die Auswahl auf der Suche nach dem perfekten Kleidungsstück für dich. Der ältere der beiden nimmt sich Zeit, um dir zu helfen, während der jüngere mit einem Augenzwinkern darauf hinweist, dass sie für ihre Kunden nur das Beste im Angebot haben. Schließlich findest du einen Anzug, der nicht nur ausgezeichnet sitzt, sondern dir ein Gefühl von Selbstsicherheit verleiht, wie du es schon lange nicht mehr gespürt hast. Du entscheidest, den glücklichen Fund direkt anzubehalten. Mit neu gewonnenem Mut und einem breiten Lächeln auf den Lippen schlenderst du zufrieden durch die belebten Straßen. Das einzige, was dir an deinem neuen Kleidungsstück missfällt, das ist so ein seltsamer Geruch, der von ihm zu kommen scheint, wie du jetzt feststellen musst. Hm, du wirst ihn wohl doch in die Reinigung geben müssen. Reicht dafür das Geld noch? Du fährst dir instinktiv in die Tasche des Sakkos, um nach diesem Geld zu suchen, obwohl ja in diesem neuen Anzug dein Geld gar nicht sein kann. Doch da ist etwas, etwas Weiches und Klebriges, das nachgibt, als du mit den Fingern dagegen drückst. Pfui, hat da etwa jemand etwas Essbares in dem alten Kleidungsstück vergessen? Du schließt deine Finger um das undefinierbare Ding und ziehst es aus der Tasche, blickst an dir herab, weshalb du völlig überrascht wirst, als dich jemand kreischend und mit langen, spitzen Fingern an der Schulter packt. Du taumelst, völlig aus dem Gleichgewicht geraten, nach hinten und du erkennst, dass es eine ältere Frau ist, die dich gepackt hält. Sie zehrt an deiner Anzugjacke, schüttelt dich. Tränen laufen über ihre Wangen. Du hast Schwierigkeiten, sie zu verstehen, denn was sie sagt oder vielmehr schreit, verschwimmt zu einem unverständlichen Durcheinander. Nur langsam setzen sich die Worte in deinem Kopf zusammen. Der Anzug gehört ihrem Sohn? Und sie will wissen, wo ihr Junge ist und was du mit ihm angestellt hast. Während sie dich schüttelt, rutscht dir aus der Hand, was du in der Tasche des Sakkos gefunden hast. Mit einem leisen Klatschen fällt das bereits faulige Gewebe auf den Boden und mit Entsetzen erkennst du, dass es zwei Finger und der Teil einer menschlichen Hand gewesen sein müssen, die sich offenbar schon seit ein paar Tagen zu zersetzen begonnen haben. Du trägst die Kleidung eines Toten und gleich wird auch die Mutter erkennen, dass es keine Hoffnung für ihren Sohn mehr gibt. Und? Hast du schon Angst? Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zur sechsten Folge des True Crime Eisbergs. Ich hoffe, ihr konntet euch von unserem letzten Fall ein wenig erholen und seid nun bereit auf eine weitere Reise zur finsteren Seite der deutschen Kriminalgeschichte. Nachdem wir uns bereits auf den blutigen Spuren des Vampirs von Düsseldorf bewegt haben, kommen heute auch die Fans von eher haarigen Fantasiewesen auf ihre Kosten. Heute jagen wir nämlich den Wehrwolf von Hannover. Und wenn ich an dieser Stelle einmal zitieren darf, warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Haarmann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackeballchen macht er Leberwurst aus dir. Na, wisst ihr schon, um wen es heute gehen wird? Aber Alex, was ist das überhaupt für eine Frage? Natürlich kennen sich eingefleischte True Crime Connoisseure mit dem Namen Fritz Haarmann aus. Das Wortspiel, das war unabsichtig. Doch nicht jeder von euch wird von seinem Sinn für Mode und seinem unternehmerischen Gespür gehört haben. Haarmann, der Vorreiter des makabren Einzelhandels, bewies, dass man in der Welt des Verbrechens nicht nur ein brutaler Mörder, sondern auch ein äußeres gerissener Unternehmer sein kann. In einer Zeit, in der andere Serienmörder noch in primitiven Kategorien dachten, ging er einen Schritt weiter und verwandelte sein Hobby in einen profitablen Markt, indem er einfach die Kleidung seiner unglücklichen Opfer verkaufte. Das nenne ich Maskalierung. Ihr glaubt mir nicht? Dann muss ich euch leider enttäuschen. Denn der Einstieg heute, der war sehr nah an der Wahrheit dran. Ein Abnehmer Haarmanns Secondhand-Schnäppchens trug nämlich den Anzug eines Opfers und dieser Anzug wurde dann von der Mutter erkannt. Mich lässt jedoch eine Sache in diesem Kontext nicht los. Haarmann war scheinbar ein sehr beschäftigter Mann. Und wenn man sich das vor Augen führt, stellt sich die Frage, ob er diesem morbiden Geschäft allein nachging oder er möglicherweise sogar ein Komplizen hatte. Höchste Zeit, das herauszufinden. Wir müssen erneut in der Zeit zurückreisen und zwar 100 Jahre. Herzlich willkommen in den wilden 1920ern. Da wir uns bereits in der zweiten und der vierten Folge dieses Formats durch die deutsche Kriminalgeschichte gekämpft haben, nur um festzustellen, dass die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ein wahres Eldorado für zwielichtige Gestalten war, halte ich mich an dieser Stelle kurz. Eine Ära, in der das spurlose Verschwinden von Menschen, die am Rande der Gesellschaft standen, kaum aufzufallen schien. Eine Zeit, in der Kriminelle wie Denk und Kürten ungehindert ihr Unwesen treiben konnten. Aber alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei, nicht wahr? Und wie wenig überraschend ist es, dass wir da heute in einen regelrechten Schmelztiegel aus Armut und Verbrechen stürzen, der sich bereits zu diesem Zeitpunkt zu einem internationalen Hotspot für dubiose Geschäfte entwickelt hatte. Wachsende Inflation, Arbeitslosigkeit und die damit einhergehende Verelendung breiter Bevölkerungsschichten zwangen vor allen Dingen die jüngere Generation, ihr karges Einkommen durch Nebenverdienste aufzubessern. Darunter befanden sich auch zahlreiche junge Männer, denen nichts anderes übrig blieb, als das zu verkaufen, was ihnen noch geblieben war, ihren eigenen Körper. Und das, obwohl in der Weimarer Republik Homosexualität strafbar war. Besonders rund um den Hannoverschen Hauptbahnhof entstand ein Milieu, in dem Prostitution und Kleinkriminalität bald zum Tagesgeschäft gehörten. Ja, sozusagen das Whitechapel von Hannover, falls ihr euch noch an die Jack the Ripper Episode erinnern könnt. Auch hier befand sich die Polizei regelrecht im Kreuzfeuer der Kriminalität. War maßlos unterbesetzt und komplett überfordert. Naja, ist ja nichts Neues. Um dem wachsenden Chaos Herr zu werden, kam man auf eine geniale Lösung. Man stellte Spitzel an. Aber mal langsam. Die Ordnungshüter wollten die Straßen sicherer machen, indem sie Kleinkriminelle bestachen, die im Gegenzug ihre dunklen Geheimnisse herausgaben. Ernsthaft? Also entweder schreit das nach purer Verzweiflung oder die Behörden haben in diesem Fall wo einfach wirklich so eine Art Zenit der Inkompetenz erreicht. Fantastisch. Und ihr könnt euch vermutlich schon denken, wer einer dieser Spitzel war. Richtig geraten. Meine Freunde Fritz Habann. Informant bei Tag, Täter bei Nacht. Ist ein bisschen wie bei V-Männern in der rechten Szene. Naja, passend dazu, sein tierischer Beiname, der Wolf im Schafspelz. Was meint ihr? Klingt das nicht alles wie ein eher zweitklassiger Thriller? Tja Leute, ich wünschte, wir hätten es hier nur mit Fiktion zu tun. Aber leider befinden wir uns in der harten, absurden Realität, in der die Gesellschaft hilflos den rauen Gegebenheiten und der überhandnehmenden Kriminalität ausgeliefert war. Und solche Zustände kam einem skrupellosen Mann wie Hamann gerade recht. Der Fall Jeffrey Dahmer weist tatsächlich erschreckende Parallelen zum heutigen Fall auf, obwohl so viele Jahrzehnte dazwischen liegen. Ähnlich wie Dahmer wählte auch Hamann ausschließlich junge Männer aus, die offen homosexuell waren. Und besonders solche, die auf diese Weise ihren Lebensunterhalt verdienten und sich somit am Rand der Gesellschaft befanden. Stellt euch mal vor, sind Männer, denen das denkbar schlimmste Schicksal widerfahren ist, während sie lediglich versuchten, in der von Armut geplagten Großstadt an etwas Geld zu gelangen und irgendwie zu überleben. Hat Hamann diesen Männern das etwa aus Hass gegenüber Homosexuellen angetan? Das wäre zu dieser Zeit nicht verwunderlich. Denn die gesellschaftlichen Vorteile und die Ächtung gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe, die war weit verbreitet. Nicht nur das, es war, wie bereits erwähnt, schlicht und ergreifend gegen das Gesetz. Könnte die gezielte Auswahl seiner Opfer mit seiner Rolle als Polizeispitzel in Verbindung stehen? Eine Art verdrehte Selbstjustiz? Oder verbirgt sich hinter diesen Umständen noch viel mehr? Zwar konnten einige erschreckende Einzelheiten der Verbrechen Fritz Hamanns nach seiner Verhaftung enthüllt werden, doch der volle Umfang dieser Tragödie wird wohl für immer im Dunkeln bleiben. Gesichert ist jedenfalls, seinen ersten Mord verübte Fritz Hamann bereits fünf Jahre vor jener beispiellosen Mordserie, deren Ausmaße uns bis heute schockieren. Denn zwischen Februar 1923 und Juni 1924 fielen ihm mindestens 23 weitere junge Männer, darunter sogar Kinder im Alter von 10 bis 22 Jahren, zum Opfer. Hamann wusste, die Umstände seiner Zeit geschickt auszunutzen und beging in diesem Zeitraum durchschnittlich mindestens einen Mord pro Monat. Zwischen Oktober 23 und April 24 schlug er sogar wöchentlich zu. Seine Vorgehensweise war dabei stets dieselbe. Nacht für Nacht durchstreifte der Wehrwolf von Hannover die Warteseele des Hauptbahnhofs auf der Suche nach mittellosen Burschen, die bereit waren, sich für wenig Geld zu verkaufen. Er wusste, dass diesen jungen Männern in ihrer ausweglosen Situation oft keine andere Wahl blieb. Er hielt ihnen lediglich seinen Polizeiausweis entgegen in dem Wissen, dass er auf diese Weise mit Leichtigkeit das Vertrauen seiner Opfer gewinnen konnte. Dann lockte er sie in seine Wohnung, tauschte mit ihnen Zärtlichkeiten aus. Ihr wisst, was ich meine. Und biss ihnen im Liebesrausch die Kehle durch. Und das meine ich wörtlich. Der Tod trat dann durch Ersticken ein. Die sterblichen Überreste seiner Opfer entsorgte er anschließend entweder im Wasserklosett oder direkt hinter seinem Wohnhaus in der Leine. Nur die Kleidung der unschuldigen Männer behielt Hamann, um sie dann weiter zu verkaufen. Und dass es keinem aufgefallen ist, wenn er die Körper in der Leine versenkte, das ist schon skurril. Es ist ein beschämender Beweis dafür, dass sich jeder in dieser Zeit der Nächste war. Trotz wiederholter Anzeigen konnte sich Hamann immer wieder diesen bestialischen Kreislauf hingeben, ohne zunächst rechtliche Folgen fürchten zu müssen. Er war sich seiner Sache dann wohl sehr, sehr sicher. Während meiner Recherche ist mir dann dabei vor allem die äußerst einseitige Berichterstattung über diesen Fall aufgefallen. Der Fokus liegt nämlich fast ausschließlich auf Hamann. Die Sensationsgeilheit seitens der Öffentlichkeit zeigt sich sowohl in vergangenen als auch der gegenwärtigen Zeit häufig nur durch die Offenlegung der schaurigen Details seiner Verbrechen. Hingegen wird kaum ein Wort den jungen Männern gewidmet, die ihm zum Opfer fielen. Sie bleiben dabei namlose Statisten in einer immer wieder auf dieselbe Weise aufgerollten Tragödie, in der der Mörder zum Protagonisten gemacht wird. Daher will ich dieses Ungleichgewicht in diesem Teil des Videos ein wenig austarieren. Jenseits der Schlagzeilen existiert eine zeitgenössische Quelle, die sich intensiv mit jedem der Morde auseinandergesetzt hat und sich als äußerst zuverlässig erwiesen hat. Der hannoveranische Philosoph und Mediziner Theodor Lessing hat seine Beobachtungen rund um diesen Fall in seinem Buch »Harmann – Die Geschichte eines Wehrwolfs« zusammengefasst. Wie euch sicher bewusst ist, können wir in diesem Format nicht ausführlich auf die Geschichte jedes einzelnen Opfers eingehen. Daher möchte ich euch dieses Buch wärmstens empfehlen, wenn ihr noch mehr über die einzelnen Opfer von Harmann erfahren möchtet. Anhand der Ausführungen Lessings lassen sich die Geschehnisse im Spätsommer des Jahres 1918 rekonstruieren, wo diese tragische Geschichte ihren Ursprung hat. In einer Zeit, die von Entbehrung und Unsicherheit geprägt war, fand sich die Familie Rote in einem täglichen Kampf ums Überleben wieder. Der Vater auf dem Feld arbeitend überließ die Sorge um den 17-jährigen Sohn seiner Frau. Der junge Friedel allerdings, der zeigte wenig Interesse daran, sich auf seinen Examen vorzubereiten und vertrödelte seine Zeit lieber rauchend und sorgte für Aufregung im Hause. Ja, wie ungewöhnlich für einen Pubertierenden. In einem Akt der Rebellion und vielleicht auch aus dem Bedürfnis heraus, mehr Geld zur Verfügung zu haben, beschloss Friedel, heimlich die Kleider seines Vaters zu verkaufen. Als seine Mutter wieder einmal genug von seinen Eskapaten hatte und ihn zurecht wies, entschied er sich kurzerhand von zu Hause wegzulaufen. Zwei Tage vergingen, bevor er seiner besorgten Mutter eine kryptische Postkarte schickte. Liebe Mutter, bin nun schon zwei Tage fort, komme aber erst nach Hause, wenn du wieder gut bist. Herzlichen Gruß, dein Sohn Fritz. Ja, Friedel wurde auch Fritz genannt. Und zu diesem Zeitpunkt ahnte natürlich niemand, dass er sein Versprechen nie einhalten würde. Friedel traf in einem Café auf einen scheinbar feinen Herrn, der sich als Kriminalbeamter vorstellte. Der Fremde war großzügig und besonders aufmerksam gegenüber Friedel und seinen Schulfreunden. Er führte sie in einen nahegelegenen Wald, wo sie sich näher zu kommen schienen und wurden daraufhin in seine Wohnung eingeladen. Ein Ort des vermeintlichen Vergnügens, wo sie rauchten, lachten und die Zeit vergaßen. Friedel fand wohl eine besondere Verbindung zu diesem freundlichen Kriminalbeamten und suchte ihn regelmäßig auf. Doch so wie bei den anderen Opfern, die Jahre später Friedel folgen sollten, sollte er die Wohnung nie wieder lebend verlassen. Er war sein erstes Opfer. Und fünf Jahre lang schien es Hamann zu gelingen, seine Mordlust zu unterdrücken. Doch dem ersten Akt der furchtbaren Tragödie würde mit dem Verschwinden des 16-jährigen Fritz Franke am 12. Februar 1923 schon der nächste folgen. Zwei Frauen, Eli Schulz und Dörchen Mruzek, berichten von einem Treffen mit Fritz Franke bei Hamann. Während sie Hamanns Zimmer reinigte, entdeckte Dörchen den jungen Fritz, der kalkweiß und halb im Blößtem Bett lag. Hamann behauptete darauf, sein Besucher schlafe lediglich. Als die Frau wenig später zurückkehrte, fand sie jedoch nur die zurückgelassenen Kleider des Jungen auf. Hamann unterrichtete sie darüber, dass der junge Mann bereits weiter nach Hamburg gereist sei und ihm die Kleidung überlassen habe. Was überhaupt nicht verdächtig ist. Ein Monat später, am 20. März 1923, las Hamann den 16-jährigen Schreiberlehrling Wilhelm Schulze, der auf dem Weg zur Arbeit war, am Bahnhof auf und führte ihn in seine Wohnung. Wilhelm sollte nie an seinem Arbeitsplatz ankommen. Über 15 Monate war es Hamann möglich, seine beunruhigenden Machenschaften fortzusetzen und damit 21 weitere Menschenleben auf bestialische Weise zu nehmen. Der junge Bäckergeselle, Erich de Vries, der war am 14. Juni 1924 verschwunden, der sollte das letzte Opfer des Wehrwolfs von Hannover sein. Kurz zuvor hatte Hamann den 17-jährigen Jungen am Bahnhof kennengelernt und ihm Zigaretten geschenkt. Am 10. Juni beobachtete die Schwester des Jungen, wie ein Herr, den sie als Hamann identifizierte, ihren Bruder nach seinem Bad in der Ohe aufmerksam beobachtete. Nur vier Tage später kehrte Erich nicht mehr von seinem morgendlichen Bad im Fluss zurück. Mittlerweile ist vermutlich auch euch aufgefallen, wie auffällig Hamann tatsächlich vorging, denn in zahlreichen Vermisstenfällen gab es Zeugen, die den Mann identifizieren konnten, der sich so eingehend mit den jungen Männern und Kindern beschäftigte. Wie gelang es Hamann also, so viele von ihnen in sein gefährliches Netz zu locken? Trotz der Tatsache, dass seit 1918 immer mehr junge Männer vermisst wurden, nahm die Polizei die steigende Anzahl an Vermisstenmeldungen nicht sonderlich ernst. Man nahm an, dass die Vermissten aufgrund der schlechten Wirtschaftslage ihr Glück einfach irgendwo anders gesucht hätten. Dass in Wahrheit ein Serienmörder am Werk war, ahnte zu dieser Zeit niemand. Erst am 17. Mai 1924 sollten spielende Kinder am Flussufer der Leine einen grausigen Fund machen, der schließlich die Ermittlungen ins Rollen brachte. Bevor wir uns das aber genauer ansehen, bin ich euch noch die Antwort auf die Frage schuldig, woher ich das alles überhaupt weiß. Nun, mir war der Name Fritz Hamann bereits lange Zeit vor meiner Recherche für dieses Video ein Begriff und sicherlich geht es auch ganz vielen von euch ähnlich. Wenn ich allerdings zurückdenke, wie alt ich war, als mir zum ersten Mal der Name des Wehrwolfs von Hannover zu Ohren kam, dann muss ich wirklich, also sehr tief in meine Erinnerung graben. Wie alt war ich da? Sechs, sieben, acht Jahre? Überhaupt nicht besorgniserregend. Besonders diese schmissige Textvariation, die der Volksmund auf die Melodie von Walter Kollos Operettenlied aus dem Jahr 1923 gedichtet hat, die hat sich regelrecht in mein Gedächtnis gebrannt. Ich glaube, mein Opa hat das immer zum Spaß gesagt. Allerdings habe ich während meiner Nachforschung mit Erschrecken feststellen müssen, dass sich Figur Fritz Hamann im Laufe der Zeit regelrecht zu einer Art Volksfigur verändert hat. Denn alle Jahre wieder ziert ein Bild des Serienmörders den Hannoveraner Adventskalender, weil er einer der Berühmtheiten zu sein scheint. Äh, zynisch? Geschmacklos? Die Grenze ist fließend. Ich zitiere hier einmal direkt die Webseite der Stadt Hannover. Die warb nämlich für den Adventskalender 2023 mit folgenden Worten. Zwischen Altem Rathaus und Marktkirche treffen Rock und Pop auf Kunst und Sport. Der Weihnachtsmarkt ist gleich um die Ecke. Das klingt nach Party made in Hannover. Und wem das noch nicht laut genug ist, hört spätestens jetzt einen lauten Aufschrei. Der eine, dessen Name hier nicht genannt wird, fehlt samt seinem Arbeitsgerät natürlich auch nicht. Oder wie wäre es mit einer kleinen thematischen Stadtführung, um dem dunklen Lord der Leinestadt näher zu kommen? Der Werwolf von Hannover spielt nämlich offenbar in einer ähnlich morbiden Liga wie Jack the Ripper. Jedenfalls was das lukrative Geschäft mit seinem Namen betrifft. Also zumindest scheint sich Hannover das zu wünschen. Um meine Gedanken dazu kurz zusammenzufassen. Ich finde es ein bisschen befremdlich, wie locker hier mit einer sehr realen, noch nicht so weit zurückliegenden Tragödie umgegangen wird, dass diese groteske Ikone da geschaffen wird. Aber just my two cents. Ihr könnt natürlich euren Abend auch mit Klassikern verbringen, wie dem Todmacher von 1995. Ja, dem Stummfilm M. Eine Stadt sucht einen Mörder von 1931. Fantastischer Film, wirklich. Muss eigentlich jeder gesehen haben. Und die gleichnamige Serie, die erst vor drei Jahren veröffentlicht wurde. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, dann gibt es noch zahlreiche weitere Adaptionen im Theater, Graphic Novels und natürlich in der Musik. Und am Ende des Tages sitzen wir natürlich auch hier alle vor unserem Bildschirm, um mehr über diesen erschreckenden Fall zu erfahren. Aber unsere Mission hier besteht ja weniger darin, die traurige Berühmtheit dieses Falls auszuschlachten, um eventuelle Sensationsgeilheit zu befriedigen, sondern vielmehr darin, die problematischen Hintergründe dieser Zeit zu beleuchten, die Geschichte der Opferverdientes erzählt zu werden. Bisher haben wir ja über Hermanns mörderische Vorgehensweise gesprochen, jedoch waren da noch keinerlei Hinweise dabei, wie der Verdacht letztlich auf ihn fallen konnte. Also Ärmel hoch, wir machen uns mal in die Arbeit, oder? Stellt euch vor, ihr seid mit euren Freunden nach der Schule unterwegs und spielt ausgelassen am rauschenden Fluss, bis einer von euch etwas im Wasser entdeckt, das sein Leben für immer verändern wird. Und nicht nur das seine. Durch einen glücklichen Zufall entdeckten an jenem Tag im Mai einige Kinder beim Spielen einen Schädel. Sofort schlugen sie Alarm und das Ufer der Leine zwischen Hannover und Garbsen wurde daraufhin gründlich von der Polizei abgesucht. Im Laufe der Suche wurden dabei immer mehr sorgfältig gebündelte Pakete mit menschlichen Überresten und Knochenfragmenten gefunden. Und schlussendlich stellten die Ermittler fest, dass es sich allein um mindestens 22 Oberschenkelknochen handeln musste. Insgesamt waren es 500 separate Leichenteile. Und obwohl die Kriminaltechnik im Jahr 1924 noch in den Kinderschuhen steckte, war ihnen schnell klar, dass in der Großstadt ein Serienmörder sein Unwesen treiben musste. Hierfür wurde nämlich der Tatnachweis aufgrund der identischen Tötungsmethode und des ähnlichen Vorgehens bei der Beseitigung der menschlichen Überreste als ausreichender erachtet. Allerdings mangelte es der Polizei zunächst an Anhaltspunkten, um wen es sich überhaupt bei den Opfern handeln könne. Geschweige denn, wer für diese Taten verantwortlich war. Ihr erinnert euch, dass Hamann als Informant für die Polizei tätig war? Das sollte den Behörden nun gehörig auf die Füße fallen. Hamann war nämlich bereits mehrmals in den Fokus der Ermittler gerückt, wurde aber wohl stets aufs Neue gerade rechtzeitig vor anstehenden Hausdurchsuchungen gewarnt, wenn wieder einmal Vermisstenmeldungen eingingen, die mit ihm in Verbindung gebracht werden konnten. Seit 1918 fiel der Name Hamanns der Polizei gegenüber immer häufiger. Was für ein Zufall, dass Hamann zu diesem Zeitpunkt bereits über einen Polizeiausweis verfügte, nicht wahr? Das würde ja bedeuten, dass ihm der Status als Polizeispitzel dabei geholfen hat, das Vertrauen seiner jungen Opfer schneller zu gewinnen und ihn wiederum gedeckt hat. Ach, so ein Quatsch. Wo denkt ihr hin? Tatsächlich aber wurde bereits das erste Opfer Hamanns direkt mit ihm in Verbindung gebracht, denn nachdem Fritz Rothe am 25. September 1918 verschwunden war, erfuhren die Eltern von Freunden des 17-Jährigen, dass sie einen Kriminalbeamten kennengelernt hatten, der Fritz mit in seine Wohnung nahm. Hamanns Wohnung wurde kurze Zeit später des Nachts durchsucht und dabei überraschten ihn die Ermittler, wie er mit einem Schulfreund des vermissten Jungen im Bett lag. Wegen Verführung des Knaben bekam er neun Jahre Gefängnis. Doch einen Mord konnte man ihm nicht nachweisen. Case closed. So hatte die Polizei lange Zeit gezögert, die vorliegenden Beweise gegen ihren Informanten wirklich ernst zu nehmen. Denn ihnen war ja bereits wohl bekannt, dass Hamann homosexuell war und sich bedauerlicherweise an Kindern verging. Allerdings schauten sie geflüssentlich weg, wenn ihr Laufbursche mal wieder einen Jungen mit nach Hause nahm. Trotz vermehrter Anzeigen und immer lauter werdender Gerüchte wurde Hamann erst am 22. Juni 1924 festgenommen und dann auch eher zufällig. Grund dafür war, dass er einen Tag zuvor einen jungen Prostituierten auf der Bahnhofswache wegen Belästigung anzeigen wollte. Dieser hatte dann wiederum angegeben, dass Hamann ihn beim Akt mit einem Messer bedroht hatte. Glücklicherweise wurde Hamann zunächst in Gewahrsam genommen, während die Polizei seine Wohnung in der roten Reihe 2 in der Altstadt Hannovers durchsuchte. Nur wenige Kleidungsstücke wurden sichergestellt, mit denen Hamann und sein 22 Jahre jüngerer Liebhaber Hans Granz bekanntermaßen handelten. Leider reichten diese Beweisstücke nicht, um sie des Mordes zu überführen. Um weitere Hinweise zu erhalten, entschloss sich die Polizei daraufhin, die Öffentlichkeit hinzuzuziehen. Und siehe da, nur wenig später gelang den Ermittlern der lang ersehnte Durchbruch, als die Mutter eines seit April 1924 vermissten Jungen, Robert Witzel, im Polizeipräsidium auf einen jungen Mann traf, der zufälligerweise genau zu diesem Zeitpunkt zur Zeugenvernehmung vorgeladen war. Frau Witzel konnte nämlich mit absoluter Bestimmtheit sagen, dass der Anzug, den der junge Mann bei ihrem Zusammentreffen trug, eigentlich der ihres verschwundenen Sohnes war. Der damals 44-jährige Hamann wurde daraufhin mit den belastenden Fakten konfrontiert und mithilfe sehr fragwürdiger Verhörmethoden, die erst Jahre später ans Licht kamen, am 1. Juli 1924 zu einem sehr detaillierten Geständnis gebracht. Allerdings waren die Methoden, mit denen sie Hamann zu dieser Aussage drängten, wirklich grenzwertig. Neben körperlicher Züchtigung während und nach dem Verhör wurde seine Zelle auf makabre Weise präpariert. In jeder Ecke seines Raumes wurde jeweils ein Schädel seiner Opfer befestigt, die mit rotem Papier ausgekleidet und mit Kerzen ausgeleuchtet wurden, um dem abergläubischen Hamann einzureden, dass die Seelen seiner Opfer ihn heimsuchen würden, wenn er nicht gestehe. Während diese Methoden damals publik geworden, wäre Hamann und Kranz vermutlich ungeschoren davongekommen. Letztlich waren Hamanns Ausführungen aber so aussagekräftigt, dass den Ermittlern schnell klar war, dass sie den richtigen Mann gefasst hatten. Leute, den genauen Inhalt seines Geständnisses, den erspare ich euch mal an dieser Stelle. Eins sei jedoch gesagt, es bleibt bis heute unklar, ob das Gerücht der Wahrheit entspricht, dass Hamann die Überreste seiner Opfer als Schweinefleisch in der Nachbarschaft weiterverkauft habe, da niemals eine Untersuchung des verdächtigen Fleisches durchgeführt wurde. Ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ob ich tatsächlich die Antwort darauf haben möchte. An dieser Stelle frage ich mich ja immer, liebe Freunde, wie ein Mensch überhaupt fähig sein kann, solche grausamen Taten zu begehen. Dabei sollte es uns eigentlich nicht mehr überraschen, dass die Vergangenheit einer Person, insbesondere ihre Kindheit, oftmals eine tragende und tragische Rolle spielt. Wie sieht es also in diesem Fall aus? Friedrich Heinrich Karl Hamann, geboren am 25. Oktober 1879 in Hannover, war das jüngste von fünf Geschwistern und hegte schon in jungen Jahren den Traum von einer Karriere als Unteroffizier. Das Familienleben gestaltete sich jedoch äußerst schwierig, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Theodor Lessing äußerte sich in der Wochenschrift das Tagebuch im Dezember 1924 ausführlich zu Hamanns desolatem Elternhaus. Er beschrieb den Vater, Karl Friedrich Hamann, als einen wüsten, senkischen und querulanten Charakter, syphilitisch und Sohn eines Trinkers, der stets besonders streng zu dem jungen Fritz gewesen sein soll. Die bettlägerige, kränkliche und marode Mutter Johanne hingegen verwöhnte den Jungen. Der eigentliche Wendepunkt in der Kindheit von Fritz Hamann lag allerdings nicht in der Erziehung der Eltern, sondern an einem anderen Trauma. Denn möglicherweise wurde Fritz als Kind exuell missbraucht, und zwar von seinem älteren Bruder. Später wurde das Opfer jedoch selbst zum Täter, als er damit begann, Nachbarsjungen ähnlich zu behandeln. Bereits mit 17 Jahren erwartete ihn deshalb sein erstes Strafverfahren wegen Unzucht an Knaben. Zunächst schien ihm diese Anschuldigungen nicht im Weg zu stehen. Nachdem er die Volksschule und eine Lehre als Schlosser absolviert hatte, schien sich sein Kindheitstraum endlich zu erfüllen. Doch die bittere Realität holte ihn schnell wieder ein, als er die Militärschule nach einem kurzen Aufenthalt wieder verlassen musste. Angeblich aufgrund von Symptomen geistiger Verwirrung. Tatsächlich war Hamann zwischen März und Dezember 1897 in verschiedenen Heil- und Pflegeanstalten rund um Hannover untergebracht gewesen. Doch es gelang ihm immer wieder zu fliehen. Und ab diesem Zeitpunkt setzte er eine Abwärtsspirale ein, die sich immer schneller und immer tiefer zu drehen schien. Insgesamt brachte ihn seine Laufbahn als Kleinkrimineller 17 Verurteilungen ein. Unter anderem gehörten Hehlereien, Einbrüche, Diebstähle, Unterschlagungen und sexueller Missbrauch von Kindern zu seinem verstörenden Repertoire. Und den Ersten Weltkrieg konnte er im Gefängnis aussitzen, bis die Polizei ihn im Jahr 1918 nach seiner Entlassung als Spitzel gewinnen konnte. Ich weiß nicht, Leute. Ich könnte mir echt keine Person vorstellen, die besser geeignet wäre für so einen Posten. Sein Lebenslauf spricht doch für sich, oder? Tja, und immerhin konnte er dann kurze Zeit später seinen ersten Mord zu dieser Liste hinzufügen. Um finanziell über die Runden zu kommen, handelte er nebenbei mit Fleisch und Altkleidern. Zusammen mit dem 17-jährigen Hans Granz, den er 1919 kennengelernt hatte und den er bei sich wohnen ließ. Kommt mir das nur so vor, oder spielt die Zahl 17 eine besondere Rolle in der Geschichte? Das schreit ja schon fast nach einer Verschwörungstheorie. Aber Spaß beiseite, meine Freunde. Denn der Prozess gegen Hamann, der hat es wirklich in sich. Im Dezember 1924 erhob die Staatsanwaltschaft vor dem Schwurgericht in Hannover Anklagen wegen Mordes in 27 Fällen. Doch Hamann selbst gab in seinem umfassenden Geständnis lediglich 21 Tötungsdelikte zu. Also mal ungeachtet dessen, dass diese Zahl auch an sich schon exorbitant hoch ist. Der Prozess gegen den Wehrwolf von Hannover entwickelte sich deshalb zu einer regelrechten Sensation, da die Behörden in diesem Fall gewissermaßen als Komplizen entlarvt wurden. Und das meiner Meinung nach nicht unbegründet. Der Gerichtssaal, der war stets überfüllt. Zeitungen brachten eine reißerische Sonderausgabe nach der anderen. Hamann konnten schließlich 24 Morde nachgewiesen werden. Und das Todesurteil erfolgte am 19. Dezember 1924, nachdem ein psychiatrisches Gutachten durch den Psychiater Ernst Schulze seine geistige Zurechnungsfähigkeit bescheinigt und ihn somit als schuldfähig eingestuft hatte. Auch während des Prozesses zeigte Hamann keine Reue, sondern bezeichnete seine Opfer als Puppenjungs. Eine abfällige Bezeichnung für männliche Präsidierte in dieser Zeit. Und ja, er war der Meinung, sie hätten den Tod sogar verdient. Hamann behauptete zu guter Letzt selbst von sich, er sei völlig gesund und beschrieb seine Taten im Prozess als gelegentliche Tour. Ja, klingt komplett normal. Allerdings wurde nach seinem Tod bei einer Untersuchung seines Kopfes hirnorganische Schäden festgestellt, die vermutlich auf eine frühere Erkrankung zurückzuführen sind. Anfang der 60er Jahre wurde der Kopf des Serienmörders sogar noch in der Göttinger Rechtsmedizin ausgestellt. Doch keine Angst, liebe Freunde, dieses sehr spezielle Präparat wurde vor einigen Jahren bereits eingeäschert, bevor es irgendwo zu einem Exponat werden konnte. In irgendeinem US-amerikanischen Museum beispielsweise. Eine weitere Frage, die während des Prozesses aufgeworfen wurde, bestand darin, ob Hamann alleine handelte oder möglicherweise einen Komplizen hatte. Denn da er zeitweise in seiner Wohnung in der Roten Reihe 2 mit Hans Granz zusammenlebte, mit dem er auch eine sexuelle Beziehung pflegte, hatte man Granz ebenso verdächtigt. Mir fällt gerade auch auf, wie unpassend dieser Straßenname ist. Granz soll nachweislich potenzielle Opfer für Hamann zumindest angesprochen haben. Dass er jedoch wusste, was Hamann mit den jungen Männern tat, konnte ihm nie eindeutig nachgewiesen werden. So behauptete er, sein Interesse sei nur auf den gewinnbringenden Verkauf der Kleidungsstücke gerichtet gewesen. Woher die kamen, habe er nicht gewusst. Ja, wer es glaubt. Doch kurz vor seiner Hinrichtung am 15. April 1925 zog Hamann die belastende Aussage gegen seinen Liebhaber zurück, entlastete ihn in einem Schreiben und nahm sich alle Schuld ganz auf sich. In Folge dieses Schuldeingeständnis wurde eine Neuverhandlung im Fall Hans Granz im Jahr 1926 angesetzt, wodurch er im Zuge dessen zu einer mehrjährigen Haftstrafe im Zuchthaus verurteilt wurde. Und hier hätte ich tatsächlich mal eine konkrete Frage an euch. Glaubt ihr, dass Hans Granz tatsächlich nichts von der brutalen Ermordung dieser ganzen unschuldigen Männer und Kinder wusste? Oder haltet ihr seine Strafe für gerecht? Bin mal sehr interessiert, was ihr dazu denkt. Wie schon in den früheren Episoden ist auch in diesem Fall ein Geflecht aus verschiedenen Faktoren dafür verantwortlich, dass Fritz Hamann überhaupt so zahlreiche Leben auslöschen und zerstören konnte. Dass die turbulenten Nachkriegsjahre, um es mal vorsichtig auszudrücken, gewissermaßen ein stiller Komplize waren und primär das Fundament dafür bildeten, dass sich eine derart brutale Mordserie überhaupt ereignete, ist uns mittlerweile, glaube ich, offensichtlich. Denn die problematischen Zustände in den Strafverfolgungsbehörden, die aus den Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs hervorgingen, schufen für Hamann erst die optimale Bedingung, um in aller Seelenruhe seinem makabren Geschäft nachzugehen. Die Brandherde aus Verelendung und Kriminalität einzudämmen war damals bei Weitem keine einfache Aufgabe. Das soll ja auch nicht behauptet werden. Der entscheidende Fehler bestand darin, einem Individuum wie Hamann einen Polizeiausweis in die Hand zu drücken, ohne dessen verbrecherische Vergangenheit korrekt mit einzukalkulieren. Schließlich hat er ja nachweislich wiederholt Kinder gebraucht. Natürlich schicken wir ihn dann einfach mal so in ein Rotlichtviertel, wo sich viele arme junge Männer anbieten müssen für ihren Lebensunterhalt. Grandioser Plan! Es sind ja schließlich nur Stricher. Ob einer mehr oder weniger dort steht, wird schon nicht auffallen. Und so haben sie damals gedacht. Zynisch. Doch das ist bedauerlicherweise noch nicht alles. So wie auch der Vampir von Düsseldorf vermutlich nicht allein agierte, besteht auch in diesem aktuellen Fall der Verdacht, dass Fritz Hamann ohne Hilfe wohl kaum so viele unschuldige Menschen das Leben hätte nehmen können. Abgesehen davon, dass Hans Kranz regelmäßig in Hamanns Wohnung ein- und ausging und diese scheinbar deutliche Spuren der blutigen Aktivitäten zeigen musste, war der Liebhaber Hamanns ebenfalls in seinem Altkleiderhandel tätig, wie wir ja wissen. Er bereicherte sich nicht nur an den Einnahmen, sondern trug selbst die Kleider der Opfer. Selbst wenn er wirklich so blind, naiv oder einfach ignorant gewesen war, nichts von all dem mitzubekommen, hätte er sich nicht die Frage stellen müssen, ob die Gerüchte wahr sein könnten, dass der eigene Partner andere Männer verschwinden ließ, wenn die ersten Anzeigen dann so langsam ins Haus flatterten. Hamanns widersprüchliche Aussagen im Verlauf des Prozesses, die einerseits Kranz B. und dann wieder Entlasteten, machen die gesamte Situation noch undurchsichtiger. Anfangs stand ja im Raum, dass es sich um ein Hassverbrechen gegen Homosexuelle handeln könnte, aber die Art der Liebesbeziehung zwischen Hans Kranz und Hamann, die macht das unwahrscheinlich. Immerhin hat Hamann nie den Drang verspürt, seinen Partner das Leben zu nehmen, im Gegensatz zu den sogenannten Puppenjungs, denen er anfangs auch die krasseste Form homosexueller Bestätigung zukommen ließ. Diese Vorgehensweise erinnert mich stattdessen vielmehr an das Verhaltensmuster von Jeffrey Dahmer, bei dem ebenfalls deutlich wurde, dass er nicht aus Hass handelte, sondern sogar Gegenteiliges zutreffend war. Zudem galt Hamann nachweislich schon als junger Mann, als homosexuell. Eine psychische Erkrankung kann man in diesem Fall jedenfalls nicht per se ausschließen. Das psychologische Gutachten, das im Zuge des Prozesses gegen Hamann hinzugezogen wurde, erachtet ihn zwar als voll zurechnungsfähig, doch auch Lessing, der dem Prozess beiwohnte, hatte ein gänzlich anderes Bild von dem Angeklagten. Er sah in Hamann einen psychisch kranken Menschen. Zitat, er hat keinerlei Grauen vor dem, wo vor jedem Kulturmenschen graut, vor Tod, Leiche, Moder. Dieser arme Triebwüstling war wahrlich kein Teufel und mithin auch kein Charakter. Er war nichts als ein im Käfig verunzüchtigtes und von der Gesellschaft missbrauchtes primitives Tier, das vor dem Kreuz zusammenbrach. Wir erinnern uns dann, dass Hamann mutmaßlich von seinem Bruder jahrelang gebraucht wurde. Wir müssen außerdem bedenken, dass bei der Untersuchung seines Gehirns Anomalien entdeckt wurden, die auf eine frühere Krankheit hinweisen könnten. Das macht es umso schwieriger, ein eindeutiges Motiv herauszukristallisieren. Tatsächlich gingen die Forscher davon aus, dass eine Hirnhautentzündung, die zu Hirn- und Wesensveränderungen führen kann, möglicherweise eine Rolle in diesem Fall gespielt haben könnte. Dennoch lässt es sich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es bei den Taten Hamanns eher um sexuelle Stimulationen ging, eine psychische Erkrankung eine Rolle spielte oder die Hirnschäden schuld daran waren. Man kann nur ein Hassverbrechen wirklich ausschließen. Und wer weiß, vielleicht spielt noch andere Faktoren eine Rolle. Was konkret der Anlass war, das wird wohl im Dunkel bleiben. Genauso wenig, wie wir wissen, ob es 24 Menschen waren oder noch viel mehr. Die harte Realität in solchen Fällen bleibt auf jeden Fall bestehen. Die Namen der Täter bleiben uns für Jahre hinweg präsent, während die Opfer in Vergessenheit geraten. Möge ihre Erinnerung uns dazu anspornen, die dunkelsten Kapitel der Vergangenheit zu beleuchten, Missstände aufzuzeigen und nach Gerechtigkeit zu streben. Hamanns blutige Spuren durch die Straßen Hannovers enthüllen nicht nur die bestialischen Taten eines Serienmörders, sondern werfen auch ein düsteres Licht auf die damaligen Missstände, insbesondere dem desolaten Zustand der Strafverfolgungsbehörden. Die schockierende Realität, dass ein Mann mit einem Vorstrafenregister wie Hamann überhaupt auf freiem Fuß bleiben konnte, lässt zu Recht das Vertrauen an die Exekutive der Zeit schwinden. Als wäre diese Tatsache nicht beunruhigend genug, macht mich besonders die Entscheidung richtiggehend sprachlos, jemanden mit einer derart kriminellen Vergangenheit als Polizeispitzel arbeiten zu lassen. Nur durch das konsequente Aufarbeiten der Vergangenheit können wir eine sichere und gerechtere Zukunft gestalten. Leute, ich muss sagen, ich habe langsam genug von Wehrwölfen und Vampiren. Geht es euch genauso? Dachte ich mir. Seid aber unbedingt in der nächsten Folge wieder mit dabei. Denn da werde ich euch verraten, wie das unscharfe Bild einer Packung Zigaretten ein Täter entlarven konnte. Ihr dürft zu Recht gespannt sein. Ich hoffe, ihr konntet etwas von hier mitnehmen. Wie aus einem Second-Hand-Laden. Aber keine Sorge, vor dem Second-Hand-Laden um die Ecke müsst ihr keine Angst haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit und das Interesse. Abonniert gerne den Kanal, teilt dieses Video mit Freunden und Feinden. Bis dann. Tschüssi Kowski.